Schauen Sie sich diesen Dodge einmal aus der Nähe an. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Dieser Dodge ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Die Sicherheit dieses Autos wird mit einer Rückfahrkamera, ESP und Xenon-Scheinwerfern verbessert. Ebenfalls ist dieser Dodge mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017